Der Hahnenkamm ist als Jura-Kalkstein-Höhenzug ein bis 656,4 Meter ü. NH in hoher und ca. 20 Kilometer langer Nordwestausläufer der Fränkischen Alb in den Landkreisen Weißenburg, Gunzenhausen und Ansbach in Bayern. Deutschland Geografie, Lage Der Hahnenkamm liegt im Städte-Viereck von Gunzenhausen im Norden, Weißenburg im Osten, Treuchtlingen im Südosten und Wassertrüdingen im Westen. Nordöstlich wird er von der Altmühl begrenzt. Etwas südwestlich liegt das von der Wörnitz durchflossene Nördlingarius, letzteres Trennschwäbische Alb und Fränkische Alb. Von der Altmühl erhebt sich der Hahnenkamm etwa 200 Metern über den Torgrund. Der teilweise von Laubwald bewachsene Höhenzug ist Teil des Naturparks Altmühltal. Der höchste bewohnte Ort am Hahnenkamm ist Auanheim, das auf 634 Meter Höhe liegt und sich zusammen mit Hohenstein den Rang teilt. Die höchstgelegene Ort schafft Mittelfrankens zu sein, naturräumliche Zuordnung. Der Hahnenkamm gehört in der naturräumlichen Haupteinheitengruppe Fränkische Alb, in der Haupteinheit südliche Frankenalp und in der Untereinheit Altmühlalp zum Naturraum Hahnenkammalp. Seine Landschaft fällt nach Westen über Norden bis Osten in der Haupteinheitengruppe Fränkisches Kuiperlias Land, in der Haupteinheit Vorland der südlichen Frankenalp und in der Untereinheit Hahnenkamm Vorland in den Naturraum Hahnenkamm Vorberge ab Berge. Zu den Bergen bzw. Erhebungen des Hahnenkammes und seiner Ausläufer gehören, sortiert nach Höhe in Meter über Normalhöhe 0. In westlicher Nachbarschaft liegt der Hesselberg, der höchste Berg der Fränkischen Alb. Ortschaften Zu den Ortschaften im und am Hahnenkamm gehören, betrachtet etwa im Uhrzeigersinn, Schutzgebiete. Auf oder an dem Hahnenkamm liegen die Naturschutzgebiete Steinernerinne bei Wolfsbronn und Buchleite bei Markt B. Holsheim. Auf dem Höhenzug befinden sich auch Teile des Landschaftsschutzgebiets Schutzzone im Naturpark Altmühltal und des Fauna-Flora-Habitatgebiets drauf. Der südlichen Frankenalp Wirtschaft Der Hahnenkamm wird hauptsächlich landwirtschaftlich und touristisch genutzt. Die Zerstärkung der dortigen Wirtschaft in den 1970er Jahren am Nordtrauf bei Heidenheim erbaute Hahnenkamm-Kaserne der Bundeswehr wurde im Zuge der Bundeswehrreform 2003 geschlossen. Ebenfalls in dieser Zeit wurde zur Förderung des Tourismus der Hahnenkammsee bei Hechlingen angelegt. Sehenswürdigkeiten Wanderwege des Hahnenkammes sind Altmühltalpanoramaweg, Frankenweg, Main-Donauweg, Waldleerpfad-Roterberg, westlicher Albrandweg, geologischer Pfad.